Was ist das Beste, eine Kerze zu fangen, als sich in der Teilstaat zu erinnern? Amnesty International wird das Symbol der Kerze mit wirklichem Droh gewählt, um die Situation der politischen Prisionär weltweit aufmerksam zu machen. Auch Hauptnacht gibt Menschenrechte weltweit mit Fäß getröbelt. Für viele Menschen auf der Welt bedeutet Amnesty International eine Hoffnung auf Freiheit. Das soll die Kerze, die brennt, symbolisieren. Rechte sind universell, sie gönnen für alle Menschen auf der Welt, und sie gehen alle Gute an. Es sind Rechte für jede Menge von uns, und dafür auch jede Menge gefordert, sich dafür anzusetzen. Darin erinnern soll den 10. Dezember den Dach von den Münchenrechten. Weist er Solidarität dadurch, dass der Amnesty-Kerz-Kerz zu den 10. Dezember auf das Hufend an ein Pfünster stellt, als Zeichen von ihrem Engagement für den Respekt für die Münchenrechte weltweit. Die Münchenrechte 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 Die Münchenrechte